Es ist Zeit für den ersten Auftritt vom grossen Star bei Art2Nice und zwar, ihr wisst, wer im einen der Gewinner vom Grand Prix Finale im Dezember 2007 und der Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft in Zagreb. Das ist sein Heimspiel. Ganz herzlich willkommen, Stéphane Lambiel! ... Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Ich sehe dich, und ich will nur mit dir sein. Und ich will nur mit dir sein. Ich will nur mit dir sein.